Okay, dann wollen wir mal anfangen jetzt. Ja, wir fangen heute an, insha'Allah, mit dem Grundkurs 2022. Bevor wir zu dem eigentlichen Unterricht kommen, möchte ich hier eine kleine Einführung mit euch durchgehen, indem wir kurz besprechen, was wir machen werden, was wir genau vorhaben, was von euch verlangt wird, was ihr noch benötigt und so weiter. Also einfach mal eine kleine Einführung in das ganze Geschehen und dazu werde ich kurz mal mit euch mein Bindschirm teilen. Okay, seht ihr alle das Fenster? Falls jemand irgendwie Probleme mit der Ansicht hat, irgendwas ist zu groß, zu klein, da links gibt es in der Leiste, gibt es den Button Layout. Wenn ihr den anklickt, wird das Layout geändert und müsst ihr halt schauen, was am besten ist. Ja, so, fangen wir an. Wir haben hier also den Grundkurs 2022, mit dem wir beginnen werden. Und in diesem Grundkurs ziehen wir darauf ab. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch dieses Vorstellungsvideo schon gesehen, was ich mal dazu gemacht habe. In diesem Kurs oder mit dieser Unterrichtsreihe und dem dazugehörigen Buch möchten wir zwei Fertigkeiten trainieren. Die Autoren des Buches sprechen von drei Fertigkeiten, wobei das dritte Element nicht so im Fokus steht für uns. Das ist einmal die sprachliche Fertigkeit oder die sprachlichen Fertigkeiten und kommunikative Fertigkeiten. Das nennen sie Al-Maharat al-Lugawiyya und Al-Maharat al-Ittasaliyya. Die dritte Komponente, die die Autoren des Buches noch erwähnen, was aber wie gesagt für uns jetzt so persönlich nicht von großer Relevanz ist, das ist der kulturelle Aspekt, weil eine Sprache hat immer auch einen Bezug zur Kultur, die mit dieser Sprache verbunden ist. Und durch die Sprache wird das natürlich auch irgendwie übermittelt. Zumindest durch die ganzen Dialoge, die wir hier haben werden, die Texte, da ist eben eine, ist eben diese Komponenten dabei. Auch wie gesagt, wenn das jetzt nicht unbedingt unser Ziel ist. Die sprachlichen Fertigkeiten, die wir hier trainieren möchten, das sind folgende. Wir haben hier vier sprachliche Kompetenzen. Einmal das Hören, also das mit dem Hören ist einfach gemeint, das Verstehen von dem, was man hört. Dann das Sprechen, Al-Kalam, und das Lesen, Al-Qira'ah, das Schreiben, die Al-Kitaba. Das heißt, wir haben hier zwei produktive Fähigkeiten oder Kompetenzen und zwei rezeptive. Produktiv, weil du sozusagen die Sprache rausgibst. Das wäre dann das Sprechen und das Schreiben. Rezeptiv, weil du sozusagen der Empfänger bist und das wäre dann das Hören und das Lesen. Beim Schreiben muss ich sagen, das werden wir aktiv nicht machen können. Das ist einfach aus technischen Gründen nicht machbar, das Sprechen zu üben hier. Ich meine, Abwand, das Schreiben. Aber im Grunde genommen, jeder von euch sollte lesen können, nehme ich mal an, oder? Das war ja eine Voraussetzung. Ihr müsst lesen können. Gibt es jemanden, der das nicht kann? Ihr müsst nicht flüssig lesen können und zu 100% fehlerfrei. Aber ihr müsst zumindest es hinkriegen, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, zu lesen. Das wird sich mit der Zeit bessern. Ihr müsst einfach üben. Aber was ich sagen möchte hier in Bezug auf das Schreiben jetzt. Die arabische Sprache hat einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber zum Beispiel der deutschen Sprache. Und das werdet ihr merken mit der Zeit. Und zwar, also ich nenne das für mich, ich nenne das, ich bezeichne die arabische Sprache als eine phonetische Sprache. Ich weiß nicht, ob das fachlich der richtige Begriff ist. Aber den habe ich mir mal so ausgedacht. Was meine ich damit, dass es eine phonetische Sprache ist? Und zwar, du schreibst, wie du hörst. Du schreibst die Sprache einfach, wie du hörst. Und du liest, wie geschrieben. Du liest, wie geschrieben und schreibst, wie gehört. Das bedeutet, im Grunde genommen sollte jeder einigermaßen in der Lage sein, das arabische fehlerfrei zu schreiben, wenn er das, was er schreiben möchte, beispielsweise akustisch richtig hört. Das heißt, es gibt nur sehr, sehr selten Elemente in der geschriebenen Sprache, die wir aufschreiben, die aber gar nicht ausgesprochen werden. Das ist sehr selten. Und daher ist das eine erhebliche Erleichterung, die wir hier in der arabischen Sprache haben. Tayyib. Ein anderer Punkt. Ach so, also wie gesagt, das Schreiben werden wir jetzt aktiv nicht lernen. Das Buch Al-Arabiyatou Bainayadayq, mit dem wir arbeiten werden, das bietet euch die Möglichkeit an, das Schreiben zu lernen. Es gibt zu jeder Lektion auch Schreibübungen. Irgendwann sollte das aber obsolet sein, also irgendwann benötigt man das nicht mehr, nach einigen, nach einigen, ja, nach einigen, wie soll ich sagen, Versuchen und abgehandelten Übungen braucht man das nicht mehr. Das müsst ihr dann aber, wie gesagt, schon eher selber in die Hände nehmen. Den Rest werden wir machen. Wir werden versuchen, das Hören, Verstehen zu trainieren und zu bessern. Das Sprechen und das Lesen wird auch geübt. So, das sind so die vier sprachlichen Kompetenzen, die man entwickeln muss, um eine Sprache zu, um eine Sprache mächtig zu sein. Und um das zu machen, bedienen wir uns an drei, bedienen wir uns an drei Komponenten. Das wäre einmal das Lautsystem. Das Lautsystem, wie das Wort, ja, suggeriert, hat eben mit der Aussprache zu tun, mit der Betonung, mit den Artikulationspunkten der einzelnen Buchstaben. Die Artikulationspunkte sind eben die Stellen, an denen im Mundwerk dieser Angina laut erzeugt wird. Wie passiert das? Das ist unter anderem notwendig, weil die arabische Sprache die ein oder anderen Laute hat, die beispielsweise in den, in den, ja, in anderen Sprachen nicht da sind und entsprechend etwas gewöhnungsbedürftig sind. Das ist aber nicht so ein großes Problem. Die letzten zwei Punkte sind wohl eher die wichtigeren für ein Sprachverständnis oder auch die Fähigkeit, Sprache auszugeben. Das ist der Wortschatz und das Regelsystem. Wortschatz sind die Vokabeln, einzelne Vokabeln, aber auch das Wissen, wie man bestimmte Vokabeln in einem bestimmten Kontext verwendet. Das ist sehr wichtig am Anfang. Das ist eigentlich das Allerwichtigste für die ersten Schritte, muss man sagen. Für deine, um, ja, um die, um in die Sprache reinzukommen, ist das eigentlich das Wichtigste für den Anfang. Auch, wie weitet ihr sehen, am ganz am Anfang, in den ersten Lektionen werden wir nicht viele Regeln lernen. Wir werden uns auch nicht großartig mit dem Lautsystem beschäftigen. Es wird sich hauptsächlich um den Wortschatz drehen. Und das ist sehr wichtig, das darf nicht vernachlässigt werden. Wer das vernachlässigt, der wird schnell hängen bleiben. Meistens muss man auch sagen, meistens scheitern die Schüler oder die Lernenden auch hier an diesem Punkt am Wortschatz, weil dieser nicht aktiv gelernt wird. Und da wir gerade beim Lernen sind, möchte ich kurz auch auf das Lernen eingehen. Das ist nämlich sehr wichtig, um eben einfach einen gewissen, wie soll ich sagen, auch einen Fortschritt zu erzielen aus den Unterrichten, die wir hier halten werden. Denn, das ist natürlich, dieser Unterricht ist nicht einfach nur Konsum und das war's. Du konsumierst hier nicht und vergnügst dich damit und dann ist die Sache beendet. Du musst auch aktiv was beitragen, um davon zu profitieren. Und da sind wir hier bei der Wahrscheinlichkeit des Behaltens. Warum ist die Wahrscheinlichkeit des Behaltens so wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil wir haben einen Unterricht in der Woche und es wird sich mit der Zeit einiges an Material stapeln. Und wenn du dem nicht hinterherkommst, ja, das ist wie so ein Schneeballsystem. Irgendwann wird die Kugel so groß, dass sie dich überrollt und du kommst nicht mehr mit. Und deswegen hier ein ganz wichtiger Punkt, wie lange, ich lese es einfach mal vor, wie lange wir eine Information speichern, hängt nicht nur von deren Wichtigkeit für uns ab, sondern zunächst davon, wie die Information überhaupt ins Gehirn gelangt. Also bei der Wahrscheinlichkeit des Behaltens von Informationen unterscheidet man grob. Also diese Unterscheidung hängt kurz gesagt einfach davon ab, wie ist die Information zu mir eingedrungen, wie ist sie zu mir gelangt. Und da gibt es Folgendes zu beachten. Es gibt verschiedene, ich nenne es mal Kanäle, Wissenskanäle. Wissenskanäle, mit denen Informationen zum Hirn oder Herzen geführt werden, wie Allah Ta'ala im Koran sagt. Er ist es, der euch Gehör geschaffen hat und das Augenlicht und das Herz oder die Herzen. Doch wenig ist euer Dank. Hier werden Gehör, das Augenlicht und das Herz alle immer, oder das passiert häufig im Koran, die werden häufig in einem Kontext erwähnt und häufig auch erst mal das Gehör und dann das Augenlicht und dann das Herz in dieser Reihenfolge. Weil man die meisten Informationen tatsächlich auch oder sehr viele Informationen eben durch das Hören aufnimmt, insbesondere auch im fortgeschrittenen Alter. Aber dennoch sehen wir hier Informationen, die du lediglich durch das einmalige Hören in dir gelangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sie behältst oder wie viel du davon behältst, liegt nur bei 20%. Das ist äußerst gering. Das heißt, wenn du hier im Unterricht einfach nur da bist, zuhörst und danach nichts mehr machst, dann kannst du damit rechnen, dass das meiste davon einfach verpuffern wird. Dann, wenn man nur durch visuell lernt, durch das Sehen, da sind wir ein bisschen besser, bei 30% kombiniert man das, sind wir bei 50% hören sehen. Also das heißt vielleicht, ja, einige Inhalte, die wir hier vorzeigen werden, da besteht die Wahrscheinlichkeit von bis 50%. Aber am besten ist es, wie ihr hier sehen könnt, selbst machen. Selbst machen. 90%. Was bedeutet selbst machen? Das kann natürlich verschiedenes bedeuten. Das sind Übungen, die man macht, die man, oder dass man den Inhalt, den man gelernt hat, umschreibt, zusammenfasst, irgendwie sich selbst ja nie in das Unterrichtsgeschehen einbinden und dann haben wir die besten Chancen, uns etwas zu merken. Das ist eine Sache. Dann gibt es aber noch eine andere Sache. Selbst wenn du dir 80% von etwa von dem heutigen Unterricht beispielsweise gemerkt hast, dann haben wir immer noch ein Problem und zwar das Problem der Zeit. Das bedeutet, dass mit zunehmender Zeit immer mehr von diesen 80% wieder verschwinden werden. Und um das zu verhindern, müssen wir Wiederholungen einbauen in unseren Alltag. Hier ist eine berühmte Vergessenskurve. Auch wenn sie vielleicht nicht so ganz zutreffen, mag auf jeden, mag nicht auf jeden zutreffen, weil dieser Versuch, der da durchgeführt wurde, doch schon sehr begrenzt war. Aber dennoch, im Groben stimmt es ja schon, dass mit zunehmender Zeit eben auch die Erinnerung an einen bestimmten Sachverhalt fällt. Und da gab es einen Versuch, der aus diesem Versuch ergab sich dann Folgendes. Und zwar die Information, die du jetzt gerade hörst, jetzt im Moment, erzähle ich dir etwas, die in diesem Moment hast du noch 100% der Information in deinem Gedächtnis. Schon nach 20 Minuten siehst du, dass 40% weg sind. Dann mit 60 Minuten sind wir zwischen, ja, so bei 45%. Nach 24 Stunden sind wir bei 30, 35% und so weiter. Es geht immer weiter runter. Wir sehen hier zwei Dinge. Unter anderem die Kurve. Also der Fall der Kurve wird immer langsamer mit zunehmender Zeit. Das heißt, nach längerer Zeit vergisst man weniger. Also die Menge dessen, das vergessen wird mit zunehmender Zeit, wird immer geringer. Und am Anfang ist der Fall dieser Kurve sehr rapide. Und diese Kurve kann uns dabei helfen, entsprechende Wiederholungen einzuplanen. Das bedeutet, Mithalan, hier, wenn du siehst, in den ersten 24 Stunden wirst du das meiste wieder verlieren. Das ist ganz wichtig. Nach den 24 Stunden ist das nicht mehr so grotesk. Das bedeutet, es ist extrem wichtig, dass ihr das, was ihr lernt, innerhalb von 24 Stunden unbedingt wiederholt. Um eben diese Vergessenskurve so weit wie oben zu halten. Nach 24 Stunden könnt ihr in immer kürzeren Zeitabschnitten die Wiederholungen einplanen. Die müssen dann nicht mehr so in so kurzen Zeitabschnitten folgen. Aber es sollte trotzdem eine gewisse Routine geben, was die Wiederholungen angeht. Also, das trifft man dann auf Vokabeln zu. Wenn du heute neue Vokabeln lernst, dann wiederhole sie zweimal noch am Tag. Irgendwann nach ein paar Stunden. Und dann vielleicht vor dem Schlafen nochmal. Das mag vielleicht, das sind möglicherweise triviale Dinge. Das sind Dinge, die man eigentlich weiß. Aber ich sage das einfach aus dem Grund, weil ich, wie ich anfangs und eingangs eben schon erwähnt habe, die meisten, die nicht weiterkommen, die schalte dann einfach am Vokabular. Weil sie die Vokabeln nicht lernen. Und irgendwann, anfangs verstehen sie noch einiges. Mit der Zeit wird alles nur noch wie Chinesisch. Sie verstehen gar nichts mehr. Und das liegt einfach daran, weil die Vokabeln nicht gelernt werden. Deswegen ist das ganz wichtig. Routine ist ganz wichtig. Routiniertes Lernen, auch wenn es nur wenig ist. So, der nächste Punkt. Brauchen wir noch etwas zu dem Unterricht? Ihr braucht eigentlich nichts. Eigentlich braucht ihr nichts. Ihr müsst kein Buch kaufen, auch kein Wörterbuch. Aber es wäre natürlich nicht schädlich, wenn man ein oder zwei Wörterbücher hat, die für den Anfang unterstützend sein können. Oder auch einfach etwas bereichernd sein können. Und dazu gibt es hier einmal dieses Wörterbuch. Die Links schicke ich euch später nochmal. Das ist das Langenscheid-Wörterbuch. Ist kein professionelles Wörterbuch, muss man sagen. Aber es ist so für den Alltag ausreichend. Das ist ein Taschenwörterbuch. Arabisch, Deutsch, Deutsch, Arabisch. Und dann gibt es ein Bildwörterbuch von Pons. Das empfehle ich euch auch zu kaufen. Das kostet, glaube ich, 8, 9 Euro. Und das ist auch sehr nützlich. Einfach aus dem Grund, weil man kann dieses Buch zum Beispiel benutzen, wenn man mal einfach durchblättern möchte. Und dann stößt man auf die eine oder andere Sache, die man interessant findet. Oder man würde gerne wissen, wie das heißt. Wie man das nennt auf Arabisch. Und sieht dann dieses Bild und den dazugehörigen Begriff. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man das nicht mehr vergisst. Dass man das nicht mehr vergisst. Einfach, weil ein erhebliches Interesse da war. So, das dazu. Dann. Achso, wartet mal. Ich habe gar nicht mehr gesehen, ob ihr was dazu geschrieben habt. Ich habe mir den Chat nicht angeschaut. Moment. Hat niemand was geschrieben. Ihr hört mich noch, ne? So, eure Aufgaben. Was wird von euch verlangt? Das sind teilweise auch sehr triviale Sachen. Aber besser gesagt. Erstens. Der Schritt 1 im Unterricht. Am Unterricht teilnehmen. Natürlich, ihr könnt die Unterrichte auch nachträglich anschauen. Die Unterrichte werden alle aufgenommen. Und ca. ungefähr 15-15 Minuten nach Unterrichtsschluss findet ihr die Aufnahme im Bereich Live-Unterrichte. Das habe ich euch aber im Video erklärt. Also, einloggen, Dashboard, Live-Unterrichte. Und dann gibt es da einen Button. Da steht Recordings. Und da seht ihr dann die einzelnen Aufnahmen der vergangenen Unterrichte. Aber einfach, um die, ich sage mal, die Unterrichtsmoral hochzuhalten, wäre es natürlich gut, wenn man auch wirklich teilnimmt. Und zweitens, wie gesagt, dann notfalls den Unterricht nachholen, über den eben beschriebenen Ort. Wichtiges Notieren. Ihr bekommt nämlich nicht zu allem Folieren und nicht alles wird euch vorgelegt. Ihr müsst ein bisschen auch, ja, nicht selbstständig was machen. Außerdem hilft es ja auch beim Einprägen des Materials, dass man auch selbst schreibt und Notizen macht. Das Letzte. Ah, stimmt, fällt mir ein, ja. So, das Letzte, dann Ablenkungen abschalten. Das ist einfach unter anderem für die Unterrichtsmoral besser, aber auch für die eigene Konzentration. Wenn du einmal auf das Handy blickst, für eine Sekunde kannst du bis zu 40% deiner Konzentration einbüßen. Daher ist es gut, wenn man das einfach mal für 45 Minuten weglässt. So, der Schritt Nummer zwei. Nach dem Unterricht, die Texte, wenn es geht, noch einmal, mindestens einmal lesen. Die Vokabeln mindestens einmal innerhalb der 24 Stunden wiederholen. Damit das Vokabellernen nicht zu kompliziert wird, weil, also, ihr müsst jetzt nicht, ähm, die Vokabeln aus dem Buch rauspicken und suchen. Ähm, dafür bekommt ihr einen Link zugeschickt. Und ich werde ihn euch auch gleich zeigen. Ich werde euch das Programm zeigen. Ähm, ein digitales Karteikartensystem. Da findet ihr dann die, ähm, Karteikarten oder die Vokabeln in Karteikartenform zu jedem Kapitel. Sortiert in Kapitel und könnt dort eben das Ganze lernen vom Handy aus, vom PC, vom Tablet. Es ist überall nutzbar. Wenn es Hausaufgaben gibt, Hausaufgaben erledigen. Die Hausaufgaben werden über das Portal, ähm, abgegeben. Das heißt, ich zeige es euch mal kurz. Moment. Ach so, hier. Ähm. So, wartet mal. Ich muss kurz noch ein Bildschirm übertragen. So, könnt ihr das sehen? Gut. Also, ihr geht hier, ihr loggt euch ein. Dann seht ihr das Dashboard. Normalerweise kommt ihr direkt zum Dashboard. Dann geht ihr hier auf meine Kurse. Wie gesagt, ähm, das sieht jetzt ein bisschen bei mir anders aus. Ist aber nicht so schlimm. Das ist euer Kurs. Und hier findet ihr dann, ihr müsst ganz runter scrollen. Ganz runter. Und dort findet ihr den Kurs Content. Und, ähm, das ist noch nicht, äh, da ist noch nicht alles drin. Da kommt mit der Zeit, kommen da noch Sachen hinzu. Ähm, wenn ihr zum Beispiel jetzt so Kapitel 1 geht, dann habt ihr ja verschiedene Materialien oder Unterrichtsinhalte, die ihr euch auch außerhalb der Unterrichter anschauen könnt. Und da gibt es hier manchmal Aufgaben und Übungen, die, die werdet ihr dann hier eben über diese Stelle erledigen. Auch wenn ihr mal was einschicken müsst, wird das hier über das Portal gemacht. Dann geht ihr auf die entsprechende Übung und könnt das dort dann hochladen. Tamam. Okay. So, zurück zum, zur Folie. Ähm, dann haben wir Schritt 3. Vokabeln erneut wiederholen vor dem Unterricht. Vor dem nächsten Unterricht solltet ihr den Unterrichtsmaterial der früheren Lektion, äh, nochmal abrufen, damit wir nicht hängen und stoppen im Unterricht. Hausaufgaben einsenden, das ist klar. Ja, und Nummer 4, wiederholen und wiederholen. Das ist, ähm, wohl eine der wichtigsten Dinge. Gut. Ähm, so, dann gehen wir mal weiter zu den, so den Vokabeln. Ach so, ja, von vorher nochmal, die Gliederung des Buches. Die, diese Lehrreihe, Al-Arabiyatu Bain al-Daiq, Arabisch in deinen Händen oder in deinem Besitz, Arabisch vor dir, wie man das auch übersetzen mag, besteht insgesamt aus vier Büchern. Und jedes dieser Bücher ist dann nochmal unterteilt in Teil A und B. Und das erste Buch besteht aus 16 Kapiteln, beziehungsweise A und B zusammen aus 16 Kapiteln. Teil A alleine besteht aus acht Kapiteln. Und, ähm, im ersten Teil sieht die Aufgliederung wie folgt aus. Wir haben immer drei Dialoge. Eins, zwei, drei. Gespräche. Und dann gibt es dazu Vokabeln und Übungen. Nach jedem Dialog gibt es Vokabeln und Übungen. Nach den drei Dialogen gibt es dann nochmal, ähm, Übungen, die sich, ja, auf alles beziehen, das eben in diesen drei Dialogen vorkam. Und es gibt dann nochmal zusätzliche Vokabeln. Also es gibt die sogenannten Hauptvokabeln und mit den Hauptvokabeln ist gemeint Vokabeln, die jetzt direkt in den Dialogen vorkamen. Und das sind immer 20 bis 30 in jedem Kapitel. Also in jedem Kapitel habt ihr 20 bis 30, äh, Hauptvokabeln, essentielle Vokabeln und dann gibt es noch Zusatzvokabeln. Zusätzliche Vokabeln, das heißt, die kamen nicht in den Dialogen vor, können aber später vorkommen. So, dann haben wir Übungen, äh, zu den, oder dann gibt es nochmal allgemeines zu den Satzkonstellationen, so ein bisschen, da wird nochmal aufgezeigt, äh, wie diese einzelnen Sätze gebildet worden sind, was man da beachten muss und Übungen. Dann gibt es Hörübungen, das heißt, ihr hört zu, macht dann entsprechende Aufgaben, löst Aufgaben dazu. Dann gibt es Übungen zum Sprechen, mündliche Übungen und Übungen zum Lesen, Übungen zum Schreiben. Übungen zum Schreiben, haben wir gesagt, die können wir nicht machen. Die werden wir nicht gemeinsam erledigen können. Die müsst ihr dann selber machen. Für die Übungen zum Sprechen, äh, braucht ihr natürlich ein Mikrofon. Ihr braucht ein Mikrofon, am besten wäre ein Headset, damit das nicht so schallt, über die Lautsprecher. Und, ähm, ich empfehle euch das zu machen, die, diese Möglichkeit zu nutzen, ähm, auch wenn man sich vielleicht schämt, oder wenn es einem unangenehm ist, aber, naja, man kommt drüber hinweg. Außerdem bist du ja irgendwie schon, äh, man ist ja irgendwie schon anonym, keiner kennt dich, keiner weiß, wer du bist und keiner wird über dich morgen noch nachdenken. Tamam, deswegen solltet ihr euch nicht scheuen und diese Möglichkeit nutzen. Das ist einfach, äh, förderlich. So, die letzte Sache dann noch, äh, die, jetzt auch das mündliche, die mündlichen Übungen betrifft, äh, und zwar, ne, Affan, vorher, die, ich hab mit der Reihenfolge ein bisschen Probleme, äh, vorher noch die Vokabeln, die Karteikarten. Wo findet ihr die Karteikarten? Die Karteikarten, dafür müsst ihr diesen Link hier benutzen. Das ist ein Einladungslink. Ihr werdet den öffnen und dann habt ihr, müsst ihr euch einen, äh, Benutzeraccount zulegen. Das ist aber für euch kostenlos. Okay? Für die Schüler ist das kostenlos. Aber ihr müsst das machen, um einfach eintreten zu können. Ähm, und dann habt ihr Zugriff auf die Karteikarten. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussehen wird. Lass mich euch das kurz hier zeigen. Eigentlich ist das intuitiv. Ich brauche, denke ich, keine Erklärung, aber ich zeige euch einfach mal, was für Möglichkeiten ihr dort habt. Ähm, das ist auf Quizlet. Die App könnt ihr euch im App Store runterladen. Oder eben einfach über den Browser öffnen. So, gehen wir mal auf mein Bildschirm. So. Also, ich habe für euch hier einen Kurs erstellt. Ne, ups, das ist was Falsches. Hier der GK Grundkurs September 2022. Da ist noch kein Lernset hinzugefügt worden. Können wir mal machen hier. Äh, wir haben zum Beispiel das Kapitel 1. Kapitel 1, Buch 1. Das Kennenlernen. So. Das ist jetzt hier drinnen. Ihr könnt das dann einfach öffnen. Und dann habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten, das zu lernen. Ihr könnt hier einfach klassisch die Karteikarten anschauen und probieren. Ja, müsst ihr dann draufklicken hier. Äh, ihr könnt euch das auch anhören. Das sind keine KI von, also die, die Sounds, die arabischen Audios sind nicht von der KI. Weil die nicht so genau sind. Ihr könnt aber auch hier Lernen klicken. Das sind dann verschiedene Spielarten, ja, wie man das lernen kann. Dann gibt es hier den Test. Beim Test kann ich das auch sehen, die Ergebnisse. Die werden mir dann sozusagen angezeigt, was ihr da gemacht habt. Über das Handy gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Spielarten. Müsst ihr einfach mal probieren. Zum Beispiel hier das Zuordnen. So. Da kommen jetzt hier verschiedene arabische Begriffe, verschiedene deutsche Begriffe. Ihr müsst die jetzt miteinander verbinden. Zuordnen. Pakistan, Pakistane. Oder es gibt hier dieses Lernen. Da gibt es dann verschiedene Sets nochmal. Dann machen wir schnell lernen. Weiter. Alles ist neu. So, ihr guckt. Hier habt ihr jetzt den deutschen Begriff Bruder. Suchst du den, äh, dann suchst du den arabischen hier aus. Und so weiter. Müsst ihr einfach mal probieren, was euch gefällt. Gut. Das zu den Karteikarten. Also, ihr müsst über den Link da eintreten. Dann habt ihr Zugriff auf die Karteikarten. Ich werde immer, äh, von Zeit zu Zeit werde ich neue Kapitel hinzufügen. Im Moment brauchen wir nur, ähm, das erste Kapitel. Den Link seht ihr hier auf der, auf der, wie heißt das, auf der Folie. Ich schicke ihn nochmal in Telegram. Seid ihr alle im Telegram, äh, in unserer Telegram-Gruppe für den Arabisch-Kurs? Ist jeder in unserer Telegram-Gruppe? Einige von euch sind nicht eingetreten. Ich weiß nicht, ob die jetzt anwesend sind oder nicht. Aber da sind ein paar, die sind nicht drinnen. Leila, ich schicke dir den Link zu in Chana. Ähm, die letzte Sache noch. Und zwar, wir gehen wieder zurück zur Folie. Also, wir sind auf der Folie. Ähm, die, wo ist das? So, die letzte Sache ist die Teilnahme von Frauen. Was bedeutet das? Teilnahme von Frauen. Hier sind ja einige Frauen dabei. Was ist also dann damit gemeint? Ich meine, die verbale Teilnahme der Frauen. Äh, die, also es geht einfach darum, die Stimme der Frau ist grundsätzlich keine, nach dem, äh, nach der islamischen Terminologie, Terminologie Aura. Das heißt, ja, die Stimme ist nichts, was die Frau oder was der Mann irgendwie nicht hören darf oder die Frau von anderen Männern zu verstecken hat oder sonst etwas. Und, äh, entsprechend ist auch die mündliche Teilnahme der Frau möglich, wenn sie das möchte. Das gilt natürlich auch für die Männer, wenn sie das möchten. Aber ich würde euch, wie gesagt, empfehlen, das zu tun, teilzunehmen, einfach um den Lerneffekt oder den Lernerfolg zu maximieren. Ja, das war es eigentlich für heute. Das sollte so eine Einführung gewesen sein. Hat jemand von euch eine Frage? Ja, immer 19 Uhr. Also, wir bleiben bei Donnerstag 19 Uhr in Schaun. Das Buch wird eingeblendet. Ihr werdet es sehen. Das wird sehr wahrscheinlich an deinem Laptop liegen. Mit welchem Browser kommst du rein? Also wegen den GW-Zeiten, man kann das ein bisschen anpassen, ein paar Minuten vor, zurück. Ich denke, das ist kein Problem. Google Chrome. Äh, okay. Und, äh, was für ein Windows hast du? 10, 11? Guck mal, ich weiß nicht, woran das liegen mag. Ähm, aber vielleicht guckst du mal, ob du die aktuellste Version von Chrome hast. Ansonsten probier es mit Firefox. Mit Firefox, mit dem Browser von Microsoft funktioniert das nicht. Edge hat Probleme, wird nicht unterstützt. Ach so, Chromebook. Okay, aber Firefox findest du trotzdem. Und, ähm, ja. Tests gibt es nur in der App, ja, also die Vokabeltests gibt es nur in der App, beziehungsweise über den Browser, aber man muss sich halt eben auf diesen, äh, auf die Seite begeben. Okay, aber normalerweise wird Edge, also laut dem, laut dem Anbieter wird Edge nicht unterstützt, aber wenn es geht, sehr gut. Gut. wenn dann keine fragen mehr da sind dann machen wir heute für heute hier schluss und wir hören uns dann im nächsten unterricht wieder im moment müsst ihr gar nichts lernen wenn es wäre gut wenn ich schon mit den vokabeln beginnt könnt man ein bisschen die vokabeln lernen nein eigentlich geht es über die also du bist auch jetzt über die webseite online nur eigentlich benötigt es nicht dass ich den link teile das ist jetzt ein fehler ich weiß nicht warum muss mal gucken ich werde mal nachsehen was das problem ist vielleicht geht es ja nächstes mal wieder normal über die webseite einfach ja wie gesagt ihr könnt die vokabeln lernen und vielleicht die ersten lektionen unter dem unterricht content auf der webseite mal anschauen durcharbeiten ansonsten müsst ihr jetzt erstmal nichts machen die vokalbücher vielleicht einschaffen in der zwischenzeit ja gut dann bis zum nächsten mal herzah wallahu ailem sallallahu ala nabina muhammad assalamu alaikum